Dieses Video präsentiert Ihnen Eumedix. Dieses Video führt Sie durch das ODM+. Auf der Rückseite des Geräts finden Sie folgende Bedienelemente. Einen USB-Port zum Herunterladen von Patientendaten. Eine runde Buchse mit der Aufschrift ADC, die den arteriellen Blutdruck weiterleitet. Das technische Team kann Sie zu Kabeln beraten, die Sie für den Anschluss an den Patientenmonitor benötigen. Eine Ethernet-Buchse für die spätere Verwendung. Eine serielle Schnittstelle für die Verbindung zum Patientenmonitor oder zu elektronischen Krankenakten. Einen Ein-Aus-Schalter oberhalb der Eingangsbuchse. Auf der Vorderseite finden Sie ein grünes Licht, das beim Betrieb des Geräts aufleuchtet, einen Lautstärkeregler, einen großen Drehknopf zur Änderung von Parametern wie Alter, Gewicht und Größe oder zur Bestätigung von Eingaben. Die sechs Knöpfe am unteren Ende des Bildschirms werden verwendet, um angezeigte Funktionen auszuwählen. Eine Schnittstelle für das Patienten-Schnittstellenkabel. Dieses Video präsentierte Ihnen Eumedix. Eumedix. Qualität entscheidet. Eindeutix. Eindeutix.